Hallo, mein Name ist Kerstin Grotz-Wahrer, ich komme aus Bremen, bin 41 Jahre alt und Internet ohne geht gar nicht. Ich nutze das Internet privat zum Spielen, zum Musikhören, zum Filme gucken, zum Downloaden, überwiegend eigentlich zum Spielen und habe noch mein eigenes Blog dabei. Ich bin im Internet, seit es Internet so gesehen gibt es eigentlich schon vorher und ohne, wie gesagt, geht gar nicht.